2019 wird ein spannendes Jahr. Es gibt eine ganze Reihe von Schwerpunkten, die uns im Umweltministerium beschäftigen werden, also Umweltenergie bauen und Klimaschutz. Und mit dem Klimaschutz, glaube ich, fangen wir auch an. Wir haben die Jahre 17, 18 erlebt, welche Auswirkungen der Klimawandel hat. Und wir müssen verstärkt gerade auch in Niedersachsen als Vorbild zeigen, dass Klimaschutz gelingt und dass wir den Folgen des Klimawandels begegnen. Und das Thema der Energiewende spielt dabei eine ganz große Rolle. Wir können das erste Land sein, das voll und ganz auf erneuerbare Energien zurückgreifen kann. Das wird uns gelingen, wenn wir alle Faktoren berücksichtigen. Und ein ganz wichtiger wird das Thema der Wasserstoffstrategie sein. Also wie gelingt es nicht nur Strom durch Strom zu ersetzen, sondern mit Hilfe von Wasserstoff auch Mobilität, Wärme und industrielle Entwicklung auf den Weg zu bringen. Das ist ein ganz großes Ziel. Das zweite für Niedersachsen ist bezahlbarer Wohnraum. Tatsächlich etwas, was viele Menschen bedrückt. Es wird immer schwieriger, nicht nur in den großen Städten auch in den ländlicheren Regionen bezahlbaren und auch barrierefreien Wohnraum zu bekommen. Wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet, Kriterien zu erarbeiten, was müssen wir machen, damit es besser wird. Und dieses Jahr wird der Start sein, um aus 1.000 Wohnungen, die pro Jahr gebaut wird als bezahlbarer Wohnraum, Schritt für Schritt 4.000 Wohnungen im Jahr zu machen. Ja, und das Thema Umwelt- und Naturschutz betrifft uns als Haus immer. Und das sind eben nicht nur die manchmal schwierigen Themen Wolf, sondern es sind auch die positiven Themen, wie das Thema Artenvielfalt und gerade nach der Diskussion im letzten Jahr, das Thema Insektensterben, wird es dieses Jahr darum gehen, wirklich auch Programme auf den Weg zu bringen, die eben nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch gerade in den städtischen Bereichen zeigen, dass man es besser machen kann. Mehr Artenvielfalt, mehr für Umwelt und Natur und am Ende auch mehr Vielfalt für die Kinder und Enkelkinder, die nach uns kommen.